ARD Text im Auftrag von Funk Das Gesetzeszeichen Das Gesetzeszeichen Das ist ein schlechter Poliz-Thriller Das Gesetzeszeichen Nein WTF WTF Das geht nicht stoppen Ah Scheiße Chris Aus meiner Sicht sah das grad so aus Als hätte mich der Simo Wie so ein riesengroßer Bär Angefallen So richtig Auf mich drauf gesprungen Als würde er mich besteigen wollen Hier Ja Vielleicht will er das ja Hier sehen sie den typischen Simo auf einer Fahrungssuche Wir müssen was ganz leise falten Hahahaha Oh fuck Oh fuck Solle Ich glaub da war ne Säule Wenn nicht erwischt Nicht erwischt Oh Simo Das war jetzt aber nicht mein Fehler Ich hab ihn nicht berührt Boah Alter Er wird nur die Gesichtsmuskeln wie Ja richtig so Gesetzeszeichen So sagen die Politiker bestimmt dazu Ja ja Wie hat einmal Für welche Ah genau Da ist so um Religion gegangen Und eben mit einem Einem komischen Showmaster aus Amerika Er hatte so Abendshows Und ladet da Weil seine Gäste Und so ein Scheiß Und der hat eben ein Dokument So dazu gemacht Über Religion In Amerika Und der war etwa so ein Senator Und im Laufe des Interviews Hat er Der Senator gesagt Naja Für den Senat Da muss man ja nicht so viel Intelligenz mitbringen Dann hat man gesehen Wie der Senator da sitzt Mal So auf die Seite schaut Mal über seine eigenen Worte nachdenkt Und dann ist er umgeschossen Oh fuck So nach dem Motto Für Fürs amerikanische Regierungs Dings Braucht man Braucht man keine Intelligenz Zum Regieren Braucht man keine Intelligenz Nein Da reicht's einfach nur Wenn man blöd da steht Und so weiter Ja Hast du gerade mitbekommen Was ich überhaupt gemacht hab Oh nein Ja ich hab's mit Oh naaa Ja 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 für die Leute ist es nicht ein ganzer kleiner Schnell Also das macht ja nichts Ja Ist geil Leute Für Emos ist es auch ein kleiner Schnell Ficken Oh yeah Ha Oh yeah Ha Fett 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 Oh ja Fettspalten Ficken Und Arsch Penis Arsch Das ist nix Nix Übrigens hey Leute Rhex 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 Perfekt! Perfekt! Kommt doch noch irgendwer oder? Oh, ok. Nimmst du so nicht wirklich immer auf oder? Nicht immer. Es kommt auch drauf auf wie ich es erwische man. Manchmal überrascht mich das total und so. Lissrto! Vamos! Ja. Los vamos! Was heißt VAMOS eigentlich? VAMOS! VAMOS, VAMOS heißt schnell schnell. Oder so irgendwie. Oh nein, jetzt haben wir wieder die Framer Brüche gerade. Fuck. Oh, es regelt sie aber nicht. Es regelt sie nicht. Es regelt sie nicht. Fuck, 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 fuck! Fuck, fuck, fuck! Oh, Kollege. Arsch! 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 Das hast du jetzt aber wirklich nicht aufgenommen, oder? Neee, hab ich nicht. Dann ist gut. Ich glaub dir zwar kein Stück. Nee, 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 ich hab's nicht aufgenommen. Ich bin confused. Ja, was? Ich hab's nicht aufgenommen. Oh, fuck! Ich hab's nicht aufgenommen, oder? WTF, ey, was ist denn heute wieder los, ey, mit GameRanger euch, ey? Kriegst du das endlich einmal geschissen, ihr Ficker? Ganz ruhig, kleiner Mann. Nee, das regt mich auf, Alter, oder? Na, wir haben so viele Spiele, oder? Ja? Wir können den Fall damit angeben, und so. Was für ein miese Ficker, ey. Wir kriegen nicht einmal den einfachsten Lobbyhaupt geschissen, da. Jedes Anfänger-Kiddy-Minecraft-Forum hat ein paar bessere... Spieltechniken drauf, als mit dem Wichser, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Brrrr! Don't call it Schnitzel. Don't call it Schnitzel. S., x2, das Leben, ist noch da! Ganz ruhig. Oh! 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 Fehler baut! Fehler baut! Ich bin noch zu viert mit den Anderen. Ja! Zwei getrennte Rennen! Hahaha! Yeah! Ich bearbeite genau mit den Blooms. LOL! Kein Anderen mehr im Spiel. Ja... äh... Ficken! Geil! Oh, ich hab's aber über Bänden kennen ganz normal. Ich muss jetzt auf Wasser gehen. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Haha, sorry. Erkennst du ganz genau den Fickwunsch von jedem Kind? Und, was ich so gern an Schwanz möcht. Mit Silber... Streifen... wär'n mir recht. Und... Grächeln, die wie Silber sind. What the fuck? Ich wusste mir erst mal was überlegen. Ey, lass dich ausreden. Ich darf kein paar ausreden. Hm. Du musst doch laufen, ne? Vergesse ich das? Scheiße. Alter, ich wollt mich grad selbst anschreien dafür, dass... dass ich nicht endlich mal auch das Häkchen dazugehe. NFS GO! Ich hab mir gedacht, wann macht der Spacko jetzt mal das Häkchen dazu? Achso, der Spacko bin ich. Alter. Ja, ich bin's zuweiterisch gewöhnt, in der zweiten Position zu sein. Ach, herrlich. Ist doch mir schuld, wie Gesichtsmuskeln wär. Weihnachtsmann. Sag mir, wieso bist du so fett? Und pass durch keinen Kaffee. Alter, was war die für'n Scheißzahme? Na ja, 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 ja. Ich trau ver dich. Alter. Alter, alter, alter... Ey, das gibt's doch net! Was ist denn das? Ja, das man, ne? Das Fickspiel ist schon wieder da hinten, ne? Okay, ganz ruhig, dann zurückfallen. Ja, ja, okay, ja, ich versteh deine Wut, Mike. Ich kann das verstehen, aber manchmal müssen gewisse Strenze in den Arsch. Also da kann auch, da gibt's kein Wenn und Aber. Was laber ich eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was du laberstörst. Manchmal, da muss die Ulrike einfach mehr zahlen, wenn sie ihr Fleisch verkaufen will. Weil die Steuern, die sind heutzutage auch nicht mehr ganz so gering. Also da muss der Ulrich schon manchmal nachhelfen. Was zum Fick geht da jetzt, Loppe? Also Leute, ihr könnt mich da sicherlich verstehen, die Ulrike zahlt ziemlich viel und der Ulrich, der bläst nicht mehr gut. Lässt der Ulrike eigentlich nicht und die Ulrike nicht. Ich versteh's nicht. Was laber ich eigentlich? Oh Mann, ey! Du Fickspiel! Kermit, der Frosch auf Agro-Version. Kermit, der Frosch auf Agro-Version. Kermit, der Frosch auf Agro-Version. Ich glaub, das würde meine Nachbarn ein bisschen aufregen. Kermit, der Frosch auf Agro-Version. B-Synchron. C-Synchron? Synchron ist, wenn's nicht synchron ist. Ah ja, genau, stimmt. Dann war's Asynchron. Ja, wenn's nicht asynchron ist, dann ist es hier wieder synchron und du hast das Spiel verlassen. Oh, Fickteich! Ja, bis gleich, Leute.